Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Matago zum Thema Casio Classbed 2. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, nicht wie man ein Konfidenzintervall ausrechnet, dazu gibt es schon ein Video, sondern wie man sich bei gegebenem Konfidenzintervall dann eben die Sicherheit dazu ausrechnen kann. Um euch das sinnvoll zeigen zu können, habe ich mir ein Beispiel vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ausgeborgt, nämlich ein ehemaliges Matura Beispiel, nennt sich Sicherheit eines Konfidenzintervalls 1.6.13. Das möchte ich euch jetzt eben hier mit Hilfe des Casio Classbeds zeigen. Es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die ihr habt, ist, dass wir anhand der Formel sozusagen uns dorthin arbeiten, nämlich dahingehend, dass man jetzt daher geht und sagt, okay, wir rechnen uns jetzt einmal das Z aus, weil das ist das Einzige, was eigentlich unbekannt ist, hinsichtlich der Formel für ein Konfidenzintervall. Und mit Hilfe dieses Zs können wir uns dann in weiterer Folge eben die Sicherheit von diesem Konfidenzintervall auf jeden Fall ausrechnen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal in den Solve hinein sozusagen und werden hier die Formel eingeben. Unser h ist in dem Fall 0,03, also die Häufigkeit. Warum? Weil 30 von 1000 sind natürlich dann 0,03. Und das Z ist dann eben das Unbekannte vom Intervall, das von 0,02 bis 0,04 geht. Auch hier erkennt man, dass die Häufigkeit 0,03 sein muss, weil die Häufigkeit, die anhand der Umfrage sozusagen sich ergeben hat, genau in der Mitte von dem Konfidenzintervall liegen muss. Das heißt, auch hier sehen wir, dass es 0,03 ist. Und wir suchen uns jetzt eine von diesen beiden Grenzen aus. Ich nehme in der Regel die Grenze, die obere ist, also die weiter oben ist, die große Grenze, 0,04 in dem Fall. Und genau das werden wir jetzt hier anwenden. Das heißt, wenn wir uns diese Grenze ausrechnen wollen würden, würde man ja hergehen und sagen 0,03 plus Z und dann halt mal der Wurzel. Da brauchen wir jetzt einmal die Tastatur dazu. Das heißt, wir haben hier die Wurzel aus, machen wir uns gleich noch einen Bruchstrich, 0,03 mal, dann haben wir 1 minus 0,03. Natürlich können Sie da auch schon 0,97 hinschreiben, logischerweise. Und das Ganze durch die Stichprobengröße, also durch 1000. Und das Ergebnis dieser Rechnung muss jetzt eben 0,04 ergeben. Und dann machen wir einfach noch Beistrich Z. Falls ihr euch fragt, natürlich könnt ihr auch gleich hergehen und diese 0,03 abziehen und sagen, okay, die halbe Breite dieses Intervalls ist 0,01 und eure Gleichung beginnt gleich mit Z. Könnte man natürlich auch machen, aber ich verwende lieber jetzt die Variante insofern, weil sie halt so 1 zu 1 auch in der Formelsammlung drinnen steht. Wir machen die Klammer zu, kriegen hier ein Z raus, das ist in dem Fall 1,85376 zum Beispiel. Man könnte da natürlich noch weitere Kommastellen hernehmen, ist jetzt aber nicht zwingend notwendig. Und in weiterer Folge können wir jetzt mit diesem Z nämlich folgendermaßen arbeiten. Wir gehen jetzt auf Verteilungsfunktionen, suchen jetzt hier eine diskrete Funktion, nämlich die Normalverteilung logischerweise, nicht diskret fortlaufend, so. Die Normalverteilung und geben jetzt hier eben als Untergrenze die 1,85 ein, nur mit einem Minus natürlich. Also 1,85, was haben wir sonst noch gehabt? Ich lasse jetzt 1,85, ist jetzt halb so wild oder schauen wir schnell in der Lösung nach. Wir haben hier 1,85, ja, die verwenden auch nur 1,85, also ist es wurscht. Wir haben hier ein Minus 1,85 bis obere Grenze 1,85. Also ihr müsst dieses Z, was ihr rausbekommt, einmal negativ, einmal positiv sozusagen verwenden. Und somit haben wir dann in Summe sozusagen unsere Untergrenze, unsere obere Grenze. Unsere Standardabweichung ist 1 und unsere Erwartungswert ist 0. Das ist diese standardisierte Normalverteilung, die ihr von der Normalverteilung her vom Unterricht kennen solltet. Und genau damit kann man sich jetzt die Sicherheit ausrechnen, nämlich das sind dann ca. 93,5 oder 93,6 Prozent Sicherheit. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man sich eben über die Formel das Z ausrechnet und dann in weiterer Folge hier hergeht und entsprechend dann mit diesen Zs einmal negativ, einmal positiv, als Untergrenze, Obergrenze in Normal-CDF hier direkt sich sozusagen die Sicherheit ausrechnen kann. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass man Erwartungswert und Standardabweichung sich ausrechnet. Im Grunde der Erwartungswert ist hier natürlich schon gegeben mit 30, aber man könnte natürlich hergehen und sagen, okay, mein Erwartungswert ist eben n mal p, also 1000 mal 0,03. Da kommen dann natürlich die 30 aus. Und genauso rechnet man sich die Standardabweichung aus. Das heißt, wir würden hergehen und sagen, 1000 mal 0,03 mal 1 minus 0,03. Das sind die Formeln, die ihr von der Binomialverteilung her kennt, für den Erwartungswert und für die Standardabweichung. Und entsprechend hätten wir dann eben hier auch unsere Standardabweichung, die ist 5,39. Und damit könnte man jetzt wieder arbeiten in der Normal-CDF sozusagen. Man muss jetzt nur hergehen, wir haben natürlich dann 0,02 und 0,04. Also das wären dann 20 bzw. 40 als Grenze. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder ins Interaktive hinein. Jetzt merke ich mir diesmal die Standardabweichung 5,39. Das schaffe ich, glaube ich. Das heißt, wir haben wieder Verteilungsfunktionen, fortlaufend, Normal-CDF. Untere Grenze 20, obere Grenze 40, weil eben 0,02 mal 1000 bzw. 0,04 mal 1000. Und die Standardabweichung waren jetzt 5,39. Ich glaube, ich habe es immer gemerkt. Und unser Erwartungswert waren 30. Und auch damit kann man sich jetzt hier entsprechend die Wahrscheinlichkeit ausrechnen bzw. die Sicherheit. Wir sind jetzt hier in der Spur ungenauer, weil ich von der Standardabweichung nur zwei Kommastellen genommen habe, logischerweise. Aber wir befinden uns auf jeden Fall in einem guten Rahmen. Hier waren es aufgerundet auch 93,6%. Hier sind es abgerundet auch noch immer 93,6%. Also das ist auf jeden Fall im Rahmen, in dem wir uns bewegen sollten. Und somit haben wir hier auf jeden Fall die entsprechende Sicherheit für dieses Konfidenzintervall ausgerechnet. Das war es somit dann auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was für euch mitnehmen und entsprechend euch leichter tun in Zukunft, wenn ihr hier die Sicherheit bei einem Konfidenzintervall ausrechnen möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen.